Woche 40 Sehnsucht Wir tragen effektiv auch eine Leidenssehnsucht in uns. Freud nennt es den Todestrieb. Es ist die willige Fähigkeit, sich immer wieder neu mit dem Banalen zu verstricken. Für einige ist der Wunsch nach umfassender Freiheit noch sehr im Schlafzustand. Dann entsteht aus dieser Laschheit wieder einmal eine Inkarnation schlichten Abwartens und Funktionierens auf der körperlichen Ebene. Ein stilles Fliehen kann wirklich wertvoller sein, als tausende von Leben, in welchen einem alle äußeren Errungenschaften gelingen. In der Sehnsucht erfahren wir, dass in uns ein weltjenseitiger Kern liegt, etwas, das diese Welt übersteigt. Wir sind alle auf einer Reise in Richtung Heimat aufgebrochen, auf der einem die Kraft der Sehnsucht nach Radha Krishna verunmöglicht, stehen zu bleiben. In den Augen aller Menschen wohnt eine unstillbare Sehnsucht. In den Pupillen der Menschen, aller Rassen, in den Blicken der Kinder und Kreise, der Mütter und liebenden Frauen, in den Augen des Polizisten und Angestellten, des Abenteurers und des Mörders, des Revolutionärs und des Diktators und in denen des Heiligen. In allen wohnt der gleiche Funke unstillbaren Verlangens, das gleiche heimliche Feuer, der gleiche unendliche Durst nach Unendlichkeit, Ewigkeit und Raser der Berührtheit des Gottesaustausches. Rainer Maria Rilke hat in einem Gedicht seine Vorstellung Ausdruck gegeben, dass Gott jedem Menschen, bevor er ihn in die Nacht dieser Welt hinausschickt, ein Wort mit auf den Weg gibt. Und dieses Wort lautet, Die Sehnsucht besteht darin, dass wir mitten im Trubel dieser Zeit leben, dass wir mitten im Gewoge unserer unruhigen Lebensfahrt wohnen, aber sich selber nicht definieren als eine Person aus und von dieser Welt. Die Sehnsucht ist das Wertvollste, das der Mensch in sich trägt. Sie ist der Anker, den Krishna in unser Herz geworfen hat, um uns daran zu erinnern, dass unser Herz im Vorläufigen nicht zur Ruhe kommt. In der Sehnsucht ist in uns schon etwas, was die Welt übersteigt, über das daher die Welt keine Macht hat. Die Sehnsucht macht den Menschen heilig, ortet ihn in der Transzendenz an. In der Sehnsucht berührt man Gott. Sie ist die Spur, die Krishna in unser Herz gelegt hat. In der Sehnsucht hat man einen Punkt in sich, der das Alltägliche übersteigt. Und dieser Punkt ist der Ruhepunkt in allen Turbulenzen des Lebens. Er befreit einen von der Unruhe, die einen schon hier die Erfüllung seiner Wünsche und Sehnsuchte suchen lässt. Wenn man weiß, dass allein Sri Krishna diese tiefste Sehnsucht ist, die in allem Bemühen um Zufriedenheit in dieser Welt offen bleibt, dann kann man ruhig und gelassen das Leben, wie es ist, annehmen. Mit all seinen Höhen und Tiefen, mit seinen Begrenzungen und Behinderungen. Wenn man mit der Sehnsucht in Kontakt ist, kann man auf einmal einverstanden sein mit dem Leben, so wie es ist. Und man vermag sich dann zu verabschieden von Illusionen, die man sich vom Leben gemacht hat und die einen letztlich nur in die Unzufriedenheit treiben. Das Leben im Horizontalen muss gar nicht all unsere Wünsche und Sehnsüchte erfüllen. Es bleibt immer noch ein Rest, den allein Sri Krishna erfüllen wird.